Ich möchte mich heute mal bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du meine Videos guckst. Über 1000 Menschen haben mittlerweile meinen Kanal abonniert. Ich finde das echt gigantisch und ich freue mich natürlich total. Also nochmals danke. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis 1000 Abonnenten zusammenkommen. Vor ungefähr dreieinhalb Jahren habe ich mit YouTube angefangen und da meine ersten Videos hochgeladen. Damals allerdings noch eher unregelmäßig und es waren noch nicht so viele Videos. Aber seit zwei Jahren hat das zugenommen und ich veröffentliche so im Schnitt ein bis zwei Videos im Monat. Und das möchte ich noch weiter steigern. Mein Ziel für 2019 ist, dass ich 40 Videos produziere. Dafür brauche ich allerdings deine Hilfe, denn ich möchte natürlich Videos drehen, die dich interessieren. Wenn du also eine Frage mit deinem iPhone oder mit deinem Mac hast, dann schreib mir einfach auf YouTube. Das können auch allgemeinere technische Fragen sein, wie zum Beispiel, was genau sind eigentlich Cookies und was geht darin von dir gespeichert. Genau, also bei Fragen einfach schreiben. Und ich lese wirklich jeden Kommentar und versuche, dir mit deinem Problem zu helfen. Und wenn ich mal nicht weiterkommen sollte, weil ich mich in dem Bereich nicht genug auskenne, dann gebe ich das auch offen zu. Über Windows könnte ich dir zum Beispiel keine Tipps geben. Genauso wenig wie Schminktipps. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! mil ится humanity editing Bis zum nächsten Mal.